Was ist denn hier los? Ich muss mich mal zurückziehen und rappen gehen. Oh shit, Andi, hinter uns 25 Roboter. Was los? Habt ihr Schweine mir wieder meinen Landefuß geklaut? Das gibt's doch nicht. Mein Cockpit war schon fast weg. Ja, wir müssen wieder ZRK machen. Ich hoffe, die sind hier genauso gut wie in Original. Wo war der denn jetzt? Ach, ich bin mit meiner hervorragenden Orientierung. Was für nichts? Sind wir wieder den Fuß geklaut? Die haben ja auch. Macht ihr nix draus. Sind Fußfetischisten. Was sind denn für Zyraxen, ey? Wups, das war's. Meine Karre ist Schrott. Bist du einfach da hingefahren? Nö, nö. Ich bin nur zu den Zyraxen. Die Basis hat aber nicht aufgehört. Die Basis hat einmal geschossen und die ganze Karre zerlegt. Da kommt was bei dir. Ach, das bist du. Was? Wer ist das? Da hinten schießt noch was. Ach, ist deine Karre auch weg? Nein. Die schießt doch noch. Dahinter deinem Morpest versteckt sich ein Zyrax. Rabin. Das ist nicht das erste Mal. Was willst du gegen 14.000 Damage machen? Wir wollten ja gar nicht gegen die Basis vorgehen. Wir wollten ja nur gegen die Zyraxen. Damit wir vernünftig buddeln können. Ich übertrag mal alles in deine Karre. Wenn du rankommst. Kann näher kommen. Nee, passt. Kühlschrank dürfte noch frei sein. Und die Munitionskiste. Habe ich schon. Also Erzkiste. Seit wann kriegt man denn, wenn man zerschossen wird, nicht mal mehr eine Notfallback von seinem Zeug? Das würde mich mal interessieren. Nee. Die haben den Kühlschrank mit dem teuren Scheiß geschrottet. Der ist weg. Du kriegst doch normalerweise, wenn dir einen Container zerschossen wird, eine... eine Kiste. Eigentlich müsste die hier nur irgendwo rumliegen. Ja genau. Ich bin aber genau da runtergekommen, wo die Karre jetzt steht. Haben sie es geändert? Das ist doch blödsinnig. Das ist doch absolut schwachkack. Warum es dann keine Kisten mehr gibt. Völliger Schwachkack. Ja, schießt du ruhig auf mich. Jetzt schlimm ist, wir haben nicht mal einen Ersatzmock dabei. Nee, der Kühlschrank ist noch da. Müssen sie mich eigentlich... Eigentlich ein Pack übrig bleiben. Ist egal, dann ist das jetzt der Grund, die Katze auszupacken. Die scheint ja hier jetzt wieder Sinn zu machen. Die gehen ja nicht mehr so vor wie die letzten. Mal gucken, was die Katze hier taugt. Wir müssen sie sowieso checken. Die war immer sehr, sehr mächtig. Die ist selbst gegen... Zum Teil gegen Szeno Fortress klargekommen. Ach, ich habe irgendwie gar nichts mehr an Dingern hier. Warte mal, irgendwie kann ich doch... ...dopflos werden. Ich will jetzt keinen Kern dran kleben. Aber ich versuch's. Ach, scheiß auf die letzten Blöcke ist auch vorbei. Das Schild kriegen wir bei den Dingern noch nicht rein. Aber die Mieze hat, einmal gucken. Die war früher mal... Wann war das? Alpha 9 oder so? Oder 10? War die top. Und dann, ich glaube, ab der 12 ging nix mehr mit der, ne? Andi, ist wieder AFK. Nee, ich überlege gerade. Was du... Irgendwann wieder das letzte Mal auspacken, da war sie nicht mehr zu gebrauchen. Na. Davor war die immer schon Premium. Ich habe jetzt irgendwas ausgesucht, nur um die Sachen in den BP zu klatschen. Das Miststück da unten war ich jetzt fertig. Jetzt habe ich Schnauze voll. Oh, jetzt schieb das Ding hier weiter zum Berg hoch. Also wir haben ja geguckt, was die Basis-Raketenwerfer machen. Die machen 13.400 Schaden. Ich glaube, ein KR-Schild hätte auch nicht mehr viel aus. Ich glaube auch nicht. Deswegen haben wir noch gar kein Schild reingeklatscht. Also auch nicht versucht oder so. Okay. Wir gehen durch den Berg. Du bist fällig, du Brückenkasten. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Ich habe doch noch die Basisträger. Warte, schade. Wir meisten Stuff haben wir gerettet. Das Schiff kostet nicht mal ansatzweise so viel, wie wir aus den... Wie hießen die Dinger? Epsilon Rising. Kühlschrank. Wie wir aus den 18 Lasergeschützen kriegen. Weißt du, was ich meine? Oder. Ja, okay. Oder? Mhm. Die sind gerettet. Das ist das Wichtigste. Also sprich, für den ganzen Loot, den wir jetzt aus den Basen geholt haben, eins der Schiffe zu opfern, ist jetzt nicht unbedingt das Schlimmste. Und die Vulkan-Geschütze sind ja auch nicht mal teuer, ne? Die Kleinen. Ist nur, dass nur du die bauen kannst, aber teuer sind die nicht. Dafür kannst du die großen bauen. Noch nicht eingelöst. Weil wir dafür ja irgendein Spezialressourcen-Metalldingen brauchen. Ich freue mich schon auf die neuen Resis. Junge, werde ich mir die Taschen vollfahren. Werden wir dann abends aufhören zu spielen und dann werden wir auf dem Planeten, wenn ich mich morgens einlocken und werde morgens erst mal die neuen Resis reinkarren wie ein Dollen. Stop. Hey, machen du Sachen nicht gut. Wir haben fünf Block Explosionsradios, bloß weg da. Du kannst hier nicht graben. Ja, hat er mir auch gerade gesagt. Das wird nichts mit uns, Andi. Kein Angraben, ist nicht. Reload. Da ist schon wieder Sand. Ja, manchmal ist aber auch zwischen zwei Gesteinsschichten Sand. Wird wahrscheinlich jetzt nicht so sein, aber... Und... Ich will halt auch nicht zu tief, um nicht hinterher wieder zu hoch zu müssen. Wir sollten vielleicht mal beim nächsten Mal rausgucken, wie tief wir eigentlich müssen. Wir haben nur noch 117. Dann geht der Mistvieh an den Kragen. Dann geht's undlaughs so. Ich brauche ein neues Sitzkissen für den Stuhl. Nein, das tut weh. Gebt mehr in mich. So, du Gurkenkasten, jetzt kommst du in die Tasche. Ob du willst oder nicht, jetzt wirst du abgefragt. Ah, da ist sie. Ja. Warte, ich mach erstmal. Ganz ehrlich. Was denn? Allein mal runter. Was machen du denn da für Sachen? Da ist Loch. Äh, der Scheißling hat ein Schild. Ja, ja, klar. Deswegen sind wir doch hier. Jetzt kriegst du das noch. Wir haben den Gurkenkasten nicht hier, oder? Da hab ich in der Hosentasche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, hier ist Loch. Hab jetzt raus. Und nennen unser perfekt genial entworfenes Raid-Gefährt nochmal Gurkenkasten. Ich hab keine Fusionsstelle mehr in der Tasche. Glockchen. 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 Und die Fläschchen Sauerstoff wäre auch gut. Wenn du stehst, ziehe ich dir den Helm ab, dann pupse ich dir den Helm. Was hast du jetzt davon? Hast du eh schon mal gemacht? Nee, ich hab dir nur aufs Kopfkissen gepupst. Ja, kommt doch selber raus. Alter, Alter. Wo hast du denn jetzt neue Löcher? Prüf mal zwischendurch, ob du empfangen hast. Das sagt, das Murmeltier zu mir. Oder Vampir. Ich bin kein Murmeltier, ich krieg nur einen gesunden Schlaf. Montags ins Bett gehen, Mittwochs aufstehen, das ist gesund. Ja. Alter, wer buddelt so eine Löcher hier? Keine Ahnung, wahrscheinlich die zwei alten. Kein normaler Mensch durchpasst. Die zwei alten wahrscheinlich. Na, Cappuccino. Du musst das Ding mal umstellen. Warum? Wenn man es benutzen kann. Hm, Karrus holt. Mhm. Was für wenigstens die Munition rein? Mhm. Das Schiff ist friest. Kannst du mal versuchen, ob du es bewegen kannst? Geht jetzt. Oder der Klimpfist. Eigentlich waren die Hitboxen technisch bei Ampy immer ganz okay. Also wenn du gesehen hast, dass das passt, dann hat es auch eigentlich immer ganz gut gepasst. Ja, das ist wieder der Freize-Bug. Eigentlich. Eigentlich ist es aber auch kein Wort. War wieder der Freize-Bug. Wir haben uns beiden gleichzeitig. Ja, das ist ja ein Bug. Das kommt ja nicht mehr aufhören. Man sagt ja nicht umsonst. Verwandt. So hat man es auch nicht verwendet. Genau. Nein. Tudo will. Ja, kannst dann eben Basen und sowas alles abschreiben. Hä? Ja. Ich kann ja nicht rein, wenn du drin bist. Ich bin noch drin. Oh, Entschuldigung. Ja, das ist auch so eine Sache, das könntest du echt mal umstellen. Äh. Basen. Ist aus. Also Basen alles aus, bis auf das oberste. Was alles aus? Generatoren, Schubdüsen und das war das ja? Nee, alles in der gleichen Gruppe. Basen, große Raumschiffe, kleine Raumschiffe, Bodengleiter, aus. Nur NPC, Drohnen und Spieler bleiben an, weil dann interessiert der Rest sowieso nicht. Und was? Guck grad bei dir im Stream. Guck mal hin. Genau. Und dann auf Gruppe anwenden. Fertig. Extra bei dir geguckt, ne? Muss ja auch. Stimmt. Nee, NPC hast du mit ausgemacht. Oh Mann. NPC, Drohnen und Spieler bleiben an. Das hast du nicht gesagt. Doch. Ist auf. NPC, Drohnen und Spieler. So, jetzt können wir uns selbst durchballern. Muss ich da wieder machen, okay. Ich sehe doch nicht, wo du hinschießt. Das ist ja das Problem. Ich kann ja nicht da hinschießen, wo du hinschießt. Ich finde, die sollten komplette Schildsystem erneuern. Irgendwie, das ist ja irgendwie immer das gleiche. Komplett wieder abschaffen. Das war schöner früher ohne Schildsystem. Angenehmer zu spielen. Oh, sollte gehen. Genau. Tasche checken. Oh, das wird verdammt hoch. Soll ich mal den anderen Bock auch noch wegbocken? Ne. Aber wir stellen die Karre einfach dahin. Da kommst du denn nicht mehr hoch. Es sei denn, du stellst ihn so kurz unter der Ecke. Okay. Nach da, doch kam ich, aber ich war an der Wand. Ich bin drinnen. Und der Zyrax rennt direkt um sein Leben durch die Tür zum großen Roboter. Sack-Gesicht. Schönen guten Abend, Master. Hey, Master. Und seit wann bitte zerschießen die in die Sauerstoffzufuhr? Das machen manche Effekte. Dann ist dein Sauerstoff weg. Finde ich aber auch wiederum cool. Macht Sinn. Ich bin wieder die Beine weggeschossen. Den Tank getroffen und so. Finde ich okay. Hier ist mir die Kammer. Na gut, müssen wir schneller übernehmen. Die du hier nicht benutzen kannst. Das müssen wir schneller übernehmen. Ach da. Hier dann. Okay. Geht er dir AXE. Hull. Loshido. Oder wie das so im Grund weggeballert wird. Warte mal. Warte, warte. Base Raider. Hier oben ist leer. Kühlschrank. Ich schiebe es direkt in den Kühlschrank. Hinterfluss. Alles klar. Wie viel gibt es ja noch von euch? Alles klar. Da war noch eine Special Box. Die ich eben gesehen habe. Wo ist sie denn? Habe ich doch gerade beim reinlaufen gedacht. Dreck den Base Raider. Ah Mist. Ich dich getötet? Nö. Wie soll ich dich denn töten? Hallo? Nicht du. Achso. Darüber wieder sonst wo es wohnt. Nö, Base Raider ist doch direkt unter uns. Vorsicht, Vorsicht. Die Basis finde ich sehr cool gemacht. Wird schon beim letzten Mal Spaß gemacht. Olli Kiln, Zyraxen und Olli kommt an ihren Fristen. Okay, da wollen wir nicht lang. Da wollen wir auch nicht lang. Das sind große böse Dinger. Ja, guck mal. Ach ja. Weißt du noch wo der Kern war? Hier ist doch so ein versteckter Aufzug. Okay. War hier noch was in der Nähe? Nee, ne? Nein. Okay. Machen wir mal in den Kern rein. Aber direkt unten drunter. Hätten wir schon längst haben können den Kern. Boah guck. Moin. Servus. Grezi. Wo waren wir denn reingekommen? Alter. Da wo ein Loch im Boden ist. Sind so viele Löcher im Boden wo wir waren. Seite um. Lassen wir den erstmal ein bisschen seinen Job machen. Menno. Wir müssen echt eine ausfahrbare Leiter mitbringen oder so. Gibt's das? Mal überlegen ob man was in die Richtung bauen könnte. Ja, drei Kisten wir kloppen. Ich mach sie gerade über Pi leer. Mann. Die sind leer. Ich sag ich mach sie über Pi leer und was machst du? Die sind doch leer. Ich hab doch nur die leeren abgefrümmelt. Oh Mann ey. Ah war ein Händler. Ich hab doch nur die leeren abgefrümmelt. Bitte? Ach nichts. Nochmal du warst am lecken. Hm? Hier auch leer. Die ist belegt. Ja hier sind sie alle leer. Ich hab nur die leeren weggerippt. Ja. Schön. Ich war aber gerade in einer drin und hing fest. Ah ok. Aber die war ja leer. Ja weil du sie weggeräumt hast. Hing ich fest. Und später beziehungsweise morgen früh in Ruhe gucken. Am aufnahmefähigsten. Ach die ganzen Geschütze sind ein KR Wert. Da war noch Kaiserliche. Ich hab euch gesehen. Hol euch jetzt ab. Im Moppet ist aber auch noch drin. Was ist da nicht drin? Nichts drin in dem Moppet. Ich hab grad ne Kiste unterm Geschütz rausgeholt. Oh ne Drohne. Komm ran hier. 95 Meter. Ok. Oh fuck. Ihr seht ja. Erbsenpistole pur. Erbsenpistole pur. Dahinter im Hügel sind Dreckiermenge Zirksen. Die drei die Gummilichter. Die die auf mich schießen. Da schießt niemand. Doch doch. Oder ist doch gerade wieder der nächste Buff gekommen. Ich seh doch niemanden. Ja. Dann war es der nächste. Antibuff hier. Von meiner Blutverdünnungsvergiftungsgeschichte. Alle leer. Schon wieder. Hä? Wahrscheinlich um. Fußboden. Fußboden. Nee. Ja. Wieder einer aus dem Fußboden. Ach hör doch auf. Ach Gott. Was denn jetzt? Ja. Ja. Ich nehm noch die Geschütze runter dann können wir eben ausglocken. Scheint ja so als ob das dagegen hilft. Jetzt wird mir echt so ein Destroy Wild Dino Ding da. Hör mal. Ah ja. Ich seh ihn. Dicker Bot. Jetzt hätten wir doch nur die Geschütze drauf gelassen. Boah. Hier ist alles voll ey. Ja ne. Tschüss. Hahaha. Was das? Was das? Was das? Wurs. 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 Beim Sturz. Musik Wurs. 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 Aha. Noch einer, ja? Siehst du da mit Raketen? Genau. Ach, und der aus dem Boden ist auch wieder da. Der am Boden geht mir am meisten um den Sack. Der ist aber hartnäckig. Mhm. Hab noch mehr für deine Raketenwerf-Ding-Ding. Boah, der geht mir am Quicks. Ah. Oh Gott. Oh Gott, was ich wieder hinstellen muss. Ja, die Frachtboxen. Ach, die Frachtschiff? Also die unsichtbaren Spawner sollten sie auf jeden Fall wieder raus klatschen, die sind scheiße. Schön, drei verschiedene Waffenarten, nochmal fünf Mumpeln, Geschütze. Irgendwann ist wieder ein Schildgenerator. Hast du den? Ja? Perfekt. Nochmal bei B. Na doch klein. Stoffdangst. Kraftboxen. Aber interessant, wir sind nicht die Einzigen, die die Player Drohne gerne mit größerer Reichweite hätten. Ja, selbst wenn es nur darum geht, um vernünftig was zu bauen, selbst dafür kannst du ja nicht mal richtig benutzen. Ich meine, die ist gut geworden, die ist präziser geworden, tausendmal besser als früher. Aber das war es dann auch. Noch ein Lämpchen dran. Noch ein Lämpchen. Okay. Na gut, dann frag's ab. Der Esel ist dein Part. Ne, ich geh direkt ins Schiff, warum sollen wir denn aus dem Esel dann wieder raus ins Schiff landen? Das Schiff ist hier. Ach so, ja gut, dann musst du das Schiff holen und ich den Esel fertig machen, ich verstehe schon. Schon richtig, ja. Und wir brauchen vom Esel denn, falls sagt Hinhaut. Ach ne, der ist ja für KR, ne? Äh, BG. Äh, könnten aber vielleicht die gleichen sein, muss ich gleich mal gucken. Ich weiß, was du meinst. Also hier sitzt. Ansonsten muss ich nach Hause radeln. Klar, da wo ich jetzt runtergepasse. Oder wir müssen eins bauen. Hast du einen Konstruktor? Taschenkonstruktor? Nee. Also glaub ich nicht, nö. Wo kommst du rein jetzt? Einfach mittendrin. Okay, ich stehe hier an der Seite. Ja, mal gucken, ob ich den Taschenkonstruktor frickeln kann. Oder, nee, halt erst mal gucken. Ich kann mal eben den Sitz eben schnell ausbauen, dann kann ich es schon sehen. Kann ich jetzt schon machen. Happen. Äh, irgendwo. KRBG. Super. Du kannst ja dann verspätet in die Box stopfen. Kann ich schon abfrickeln? Was abfrickeln? Basis. Ach, wolltest du jetzt mit dem Schiff? Ich habe hier gerade vorbereitet. Aber wenn... Na dann mach. Mach, 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 mach. Wir könnten den aber auch einfach abschleppen. Kann man aber nicht abschleppen, wenn du drinnen sitzt. Nee, nee, klar. Ich muss mich dann hinten bei dir dran kleben. Ja. Hat er denn einen Fuß? Nö, aber du bestimmt. Nein. Da nicht. Wir haben sie mir weggeschossen. Na guck mal, der macht. Alter, der ist super schnell geworden. Wir haben aber nichts verändert. Eins, dass der, 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 der Host jetzt auf Energiesparmodus läuft, also nur noch mit teurer Leistung. Oder die Basen sind einfach nur kleiner geworden. Um. Bis dann rein. Ach. So kann ich auch beides von hier aus machen. Ah, Eden. Gehen noch Frachtboxen in der Luft. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt ist alles drin Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Habe ich eben aber auch gesagt Den hebst du einfach nur mit Shift-F auf Untertitelung des ZDF, 2020